Hallo und herzlich willkommen am Tele-Stammtisch. Das Taxameter steht auf Besprechung, denn es ist Tele-Stammtisch-Zeit. Hallo, willkommen beim Tele-Stammtisch. Ich bin es so heute bei mir. Im Taxi ist der Zero. Hallo, Zero. Moin, moin. Ja, moin, moin passt nicht ganz so, denn unser Film spielt nicht im, ja, hanseatischen Raum Deutschlands, sondern tatsächlich in einem Taxi, das auf dem Weg ist vom Flughafen JFK nach New York. Und in diesem Taxi sitzt als Passagierin Dakota Johnson und als Fahrer Sean Penn. Und ich würde jetzt sowas sagen wie Zero, erzähl uns mal bitte, worum es genau in Dadio geht, oder Dadio, aber seien wir ehrlich, im Grunde habe ich die Geschichte, die Handlung, die Synopsis nennen es wie er wollt, schon komplett eigentlich vorweg genommen, oder? Was genau das erklärt, was ich hier als satt stehen habe. Außer, dass ich noch ihren, sie hat ja keinen Namen im Film, das ist ja gleich auch noch so ein Teil. Weil, aber sonst ist genau das Ding, eine Frau steigt am JFK-Flughafen in New York ein, ins Taxi, will dann nach Hause gefahren werden, der Fahrer namens Clark, Sean Penn, verwickelt sie in Smalltalk und das ist halt der Film. Das ist der ganze Film. Und, ja, hast du auch gut zusammengefasst in einem Satz. Danke, danke. Ich habe mir Mühe gegeben, ich habe wirklich mich sehr hart und sehr intensiv auf diesen Podcast vorbereitet und habe mir überlegt, wie kann ich diese sehr komplexe Geschichte zusammenfassen für euch da draußen, aber auch für uns. Ich kann noch beifügen, der Film kommt in die Kinos am 27. Juni in Deutschland und ich könnte jetzt auch noch sagen, wer noch alles mitspielt, aber tatsächlich, naja, es ist halt Dakota Johnson und Sean Penn. Wir haben natürlich hier und da mal so eine andere Person, die mal durchs Bild läuft, aber tatsächlich würde ich diesen Film als Kammerspiel bezeichnen, auch wenn das Taxi hier und da mal verlassen wird. Wie siehst du das? Für mich ist es auch ein komplettes Kammerspiel. Es werden ja, glaube ich, auch überall nur zwei weitere Darsteller mit aufgeführt, egal wo man es guckt, ne? Und, ja, aber unwichtig. A, kennt man sie nicht und B, sind das jetzt keine Rollen, die überhaupt irgendwas im Film beizutragen haben. Also die beiden sind der Mittelpunkt der ganzen Story. Ich kann dann auch kurz was sagen zur Regisseurin. Das ist eine gewisse Christy Hall, die hier ihr Regiedebüt gegeben hat oder ihr Spielfilmdebüt und auch das Drehbuch geschrieben hat. Und die könnte man vielleicht kennen, weil die mitgearbeitet hat bei dieser einen Netflix-Serie I'm Not Okay With This, die ja leider nicht fortgesetzt wurde, obwohl die eigentlich ganz gut war. Aber ansonsten ist diese Christy Hall mir auch relativ unbekannt. Ich nehme mal an, dir geht es ja ähnlich. Ja, ich habe auch nur in der Recherche gesehen, dass die jetzt noch dieses Jahr ein Projekt irgendwie mit Blake Lively hat, einen Film, wo sie aber auch nur, ähm, nicht Regie führt noch, sondern auch das Drehbuch zugesteuert hat. Und dann hat sie noch eins, aber steht gar kein Datum dabei, wann es rauskommt, auch mit Blake Lively, äh, aber auch nur Drehbuch dann wieder. Ja. Also, unbeschriebenes Blatt. Ja. Ähm, kennst du den Film No Turning Back, auch bekannt als Lock mit Tom Hardy? Hm, nee. Okay. Ich bin gerade voll verwundert, weil ich gerade für mich selber mache, stelle ich gerade eine Liste, äh, kurze Liste zusammen, ein Ranking mit Filmen mit Taxen. Also, ne? Ach so. Ich gehe gerade, ich habe jeden Film im Kopf, aber jetzt bin ich gespannt, was kommt. Nee, also der Film heißt Lock oder Locky, ähm, in Deutschland ist er halt bekannt unter No Turning Back und da spielt Tom Hardy einen, ähm, Mann, der nach Hause fährt in seinem Auto und der ganze Film spielt auch nur in diesem Auto und der telefoniert halt. Und das ist so, ähm, das ist so, ähm, das ist so. Und das ist so, ähm, mit Daddio vergleichbar, weil es ist auch so ein Kammerspiel und auch kein Film, der jetzt besonders auf Verfolgungsjagden oder Spannungseffekte setzt. Also, ähm, es gab ja letztens diesen Lieben Niesen-Film, wo er im Auto ist, der Retribution, der ja auch ein Remake war von einem spanischen Film, wo jemand im Auto sitzt und unter ihm ist eine Bombe, also ein Thriller. Und gerade Kammerspiel und Autos wird ja auch gerne mit Thriller assoziiert und Daddio ist halt wirklich ein reinrassiges Drama, ähm, finde ich. Und es gibt ein paar Filme, die ähnlich halt ablaufen, würde ich sagen. Und einer davon ist halt eben diese No-Turning-Back. Deswegen halt wollte ich jetzt mal wissen, ob du den vielleicht kennst, weil dann hättest du vermutlich gesagt, hey, Stu, da hast du absolut recht, wenn man No-Turning-Back gut findet, könnte man auch wahrscheinlich mit Daddio was anfangen. Ja, ich hätte aber den Finalliga-Vergleich, äh, den Jim Jarmusch, ähm, hier, ähm, One Night on Earth. Ja, ja. Oh ja, stimmt, auch. Und das, da geht's natürlich um vier, ich glaub vier, vier Story-Sins oder vier oder fünf Taxifahrten und, äh, das hat mich daran total erinnert. Okay, da ist natürlich noch ein bisschen mehr auch außerhalb Action, ne, in ein paar Stories. Aber da dachte ich auch, da sind halt Leute in einem Taxi und alles drumherum ist eigentlich erstmal Nebensache. Und das will ich, also ich kann schon mal vorwegnehmen, ich find den Film jetzt nicht beschissen. Das ist schon mal ein Vorteil. Ja, also man kann vielleicht ganz klar sagen, Leute, wenn ihr Night on Earth gesehen habt und auch den No-Turning-Back und fandet die beide kacke, dann müsst ihr, glaub ich, hier gar nicht weiterhören. Dann war es nett, dass ihr dabei wart, aber dann wird Daddio für euch definitiv nicht sein. Wenn ihr aber jetzt aus welchem Grund auch immer wissen möchtet, wie wir den Film jetzt genau fanden oder aber, weil ihr einfach großer Zero-Fan seid und einfach Zero zuhören möchte, wie er redet, dann noch einmal herzlich willkommen beim Tele-Stormtück, dies ist die Besprechung zu Daddio. Und wir haben jetzt viel rumgeredet, wir können jetzt endlich mal anfangen, wirklich genau mal zu sagen, was uns gefallen hat und was uns nicht gefallen hat. Ich sage es mal gleich frei raus, was man auf jeden Fall meiner Meinung nach dem Film wirklich zugutehalten kann. Wir haben es halt hier mit zwei sehr guten Schauspielern zu tun, die aufeinandertreffen, oder? Also definitiv. Also das ist ja der große Fixpunkt. Und wenn da jetzt so ein paar schlechte Darsteller am Start gewesen sind, würde man da gar keine Verbindung mitmachen, weil es liegt und fällt mit den beiden. Wir haben keine großartigen anderen Sachen, die wir drumherum haben. Die beiden müssen auf den Punkt was bringen. Und ich glaube, wenn ich mich nicht ganz verlesen habe, sind die beiden ja auch in Wirklichkeit Nachbarn. Und ich glaube, das kommt denen auch zugute, dass die sich vielleicht doch schon ein bisschen besser kennen als irgendwelche Darsteller, die sich nur zum Dreh treffen. Dass es so eine Unterhaltung, glaube ich, da easier ist. Ja. Ich finde es halt ganz spannend, weil ich halt, ich wusste halt grob, worum es in dem Film geht. Und ich dachte immer die ganze Zeit, okay, irgendwie, vielleicht gibt es da noch wie eine Art Spannungseffekt, dass da noch irgendwas aufkommt. Ich hätte auch eine Zeit lang damit gerechnet, dass irgendwann halt dieser Reveal kommt, dass Sean Penn vielleicht dann doch so ein Psychopath ist. Aber nee, Sean Penn ist halt einfach ein Typ, ich würde ja auch hin und wieder so ein bisschen als Macho bezeichnen. Jetzt nicht als schlimmer Art von Macho, aber er hat schon ganz klar seine Erfahrungen gemacht im Leben. Die teilt er jetzt eben Dakota Johnson mit. Und ich finde es ganz schön gespielt, dass ich immer wieder hin und her gerissen war, gerade bei ihm, wo ich so, also mal dachte ich mir, okay, der ist mir gerade sehr sympathisch, ich finde ihn charmant. Und manchmal muss ich aber auch sagen, oh, jetzt kommt wieder so ein bisschen so diese Altherrenagenda zum Vorschein. Und ich fand es bis zum Schluss sehr schön, dass ich nicht wirklich final für mich entscheiden konnte, ob ich den Taxifahrer Clark jetzt durchgängig sympathisch fand oder ob es für mich dann doch letztlich ein netter Kerl ist, aber immer mit so einem gewissen Geschmäckle. Wie war es bei dir? Genau, was du gerade sagst, dass man diesen Gedanken haben könnte bei ihm, boah, das ist jetzt hier alter weißer Mann erklärt, junger Frau, wie die Welt geschieht. Hat Anleihen, aber danach erzählt er ja, warum er darüber so denkt. Und dann kommt man ja seiner Figur auch mal näher, weil er denkt ja ein paar Sachen nur so, weil ihm das halt so passiert ist. Und das, finde ich, bringt der Film auch gut rum, dass man da nicht denkt, es ist jetzt einfach nur einer, der irgendeiner Frau was erklären will und zeigen will, dass alles so laufen muss. Dafür haben die Figuren wirklich sehr, sehr viel Tiefe. Und da kann man den auch verstehen. Und gerade auch, wie sie zusammenspielen, sie reagiert ja auch genau so darauf, dass man nicht so ein ungutes Gefühl hat. Also, dass man nicht rausgeht aus dem Film und denkt, der war jetzt aber eklig, der Typ. Es passt sich ganz gut. Ich glaube, es sind einfach Leute, die sich getroffen haben, doch sehr intime Sachen dann doch irgendwie austauschen und irgendwie halt ja auch nicht, weil so richtig auf den Punkt bringen sie es ja nicht. Wie gesagt, ihr Name und ihr Alter nennt sie nicht im ganzen Film und haben schon noch ihre Geheimnisse. Und es ist so ein schönes Zusammenspiel. Also es ist so ein schöner Fluss zwischen den beiden. Ich muss auch sagen, es gab so ein paar Momente, wo ich mich dann gefragt habe, aber passt das so? Zum Beispiel erzählt er ihr halt, dass er mal verheiratet war und eine Affäre hatte und diese Affäre irgendwie eine Wohnung bezahlt hat. Und dann dachte ich mir so, ja, ganz ehrlich, ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Taxifahrer so viel Kohle verdient. Aber auf der anderen Seite fand ich das wieder ganz spannend, weil es ja dann wieder die Option offen lässt, wie viel ist denn wahr, was er erzählt. Weil wir ja auch über beide Parteien nicht wirklich alles erfahren. Wir erfahren, er war zweimal verheiratet. Wir erfahren, sie hat eine ältere Halbschwester. Aber es bleibt vieles so im Schatten. Und das fand ich war interessant, dass der Film dir nicht wirklich alles erklärt. Du musst ein paar Dinge einfach hinnehmen und du musst dir ein paar Dinge auch einfach selbst so zusammenreimen. Wenn ihr also wollt, dass eure Figuren komplett ausgearbeitet sind und ihr am Ende eines Films genau wisst, woher diese Figur kommt, wohin sie geht, was sie macht, welche Schuhgrosses sie hat, ist der Dio vermutlich nicht euer Film. Aber ich fand das eigentlich ganz angenehm. Wie war es bei dir? Ich fand es auch gut, dass man endlich mal wieder ein bisschen auch mitdenken durfte und halt nicht alles hingeschmissen bekommt. Das ist halt wie wenn du ein Buch liest. Da werden ja auch manchmal Sachen einfach ausgelassen, wo sich da aber der Autor denkt, okay, die paar Dinge, die kann mich derjenige dazu denken, dass das halt, ja, persönlicher für einen selber ist. Du kannst die Figuren jetzt halt so sehen und keine Ahnung, der nächste sieht die Figuren wieder ganz anders aus. Es klappt ja trotzdem als Geschichte. Im Ganzen klappt es ja trotzdem. Wie fandest du es dann, als dann irgendwann klar wurde, dass es schon so auch um das Thema Beziehungen geht? Weil Dakota Johnsons Figur, die hier übrigens im offiziellen Fressmaterial immer nur als Girlie bezeichnet wird, aber ich glaube nicht, dass es ihr Name ist. Wie gesagt, ihr Name im Film bleibt ein Geheimnis. Hat ja, ich sag mal, Beziehungsprobleme mit ihrem Freund und der Freund ist ja auch nur ein Geliebter und sie kommuniziert ja im Laufe des Films auch immer wieder via SMS oder via Textnachricht mit ihm. Fandest du, das war ein guter thematischer Aufhänger oder hättest du dir vielleicht dann noch lieber gewünscht, dass Taxifahrer und Kundin oder Passagierin lieber eine andere Thematik aufmachen im Laufe des Films? Zwischendrin habe ich natürlich dann auch immer geschwankt, weil ich gerade, also sie nennt ihn ja auch Daddy, ihren Geliebten. Und dann dachte ich schon noch, oh Gott, ey Mädchen, nee, komm, jetzt geh da nicht ran, mach das nicht, schreib nicht zurück. Der Typ ist ja nur eklig. Aber ich finde gerade, weil den Typen, der halt ihr Geliebter ist, den kann ich ja komplett erst mal ganz pauschalisiert als den Antagonisten für mich hinstellen in der Geschichte und die anderen beiden halt nicht. Und sonst würde mir ungefähr irgendein Antagonist fehlen in der ganzen Geschichte. Und bei ihm bin ich uns klar, nee, den Charakter, wie der hingestellt ist, mag ich einfach nicht. Und dadurch sind die anderen beiden halt viel mehr auf einem Level. Auch wenn er erzählt, dass er auch fremdgegangen ist, aber dann auch erzählt, dass es vielleicht doch nicht ganz so cool ist. Ich muss wobei auch anmerken, jetzt komme ich mal so zu einem, nee, warte, bevor ich jetzt zu meinen Kritikpunkten komme, möchte ich noch eine Sache wirklich loben. Und zwar, wir sehen im Laufe des Films ja immer wieder ihr Handy, beziehungsweise diesen Nachrichtenverlauf, den sie mit ihrem Freund schrecklich geliebt hat. Und ich fand es so toll, das war seit ewiger Zeit mal so ein Textmessageverlauf von einem Handy, der halt so hundertprozentig realistisch war, weil da war ein Tippfehler drin, da war dann irgendwie Sternchen und dann wurde ein Wort noch eingefügt, was man vergessen hat. Die Autokorrektur hat mal irgendwas verdorben. Muss ich sagen, es war das Realistischste, was ich seit langem im Film gesehen habe. Das möchte ich immer wirklich explizit loben. Das fand ich toll. Ich weiß, es ist eine Kleinigkeit, aber ich saß da und dachte, genau, so wird's gemacht. Okay, dann schreibst du mir nicht so auf WhatsApp, weil ich achte da schon sehr drauf, dass das alles richtig ist. Ja, deswegen hast du auch keine Freundin. Aber nochmals ganz kurz, bevor wir zu den Kritikdingern gehen, weil mir jetzt auch in der Nachricht aufgefallen ist, das sollte ja ein Theaterstück werden und ich fände, das hätte auf eine Bühne auch super gepasst, wenn du da zwei starke Theater-Schauspieler gehabt hättest. Kann ich mir das gut vorstellen? Ich meine, ganz ehrlich, es ist halt wirklich so, du siehst sie ankommen am Flughafen, dann steigt sie in das Taxi ein, dann fahren sie halt ein bisschen, dann gibt es halt diesen Unfall, wo sie halt im Stau stecken bleiben. Das passt schon zum Taxi, ganz klar. Und das ist vielleicht eine der Sachen, die mich ein bisschen gestört hat. Ich finde, dass der Film einen sehr seltsamen, nicht seltsamen, aber eher misslungenen erzählerischen Rhythmus hat. Weil es ist immer ganz klar aufgeklärt, du hast die Phase, wo die beiden sich unterhalten, dann hast du wieder eine Phase, wo sie mit ihrem Handy agiert. Dann unterhalten sie sich wieder, dann wieder eine Handyphase. Das wirkt schon sehr, ja, theatermäßig. Das passt eigentlich ganz gut. Also so, wie so ein Gespräch oder eine Situation im Theater abläuft. Aber das hat mir so ein bisschen so die Illusion geraubt, dass ich jetzt hier wirklich als, ja, unsichtbarer Fouilleur einem echten Gespräch belausche. Das ist eine Kleinigkeit, aber es fiel mir irgendwann auf, dass ich wirklich ganz klar wusste, okay, sie haben jetzt zehn Minuten geredet. Jetzt kommen wieder fünf Minuten lang Textmessages mit dem Handy. Fand ich ein bisschen unschön gelöst, das nenne ich mal Problem. So, du sagst, klar, denkt man drüber nach, dann fällt mir das auch auf. Aber für mich, was heißt störend, also es war für mich eigentlich einer der Fehler im Film, die mir nicht ganz so gepasst haben. Ich hätte gerne wirklich gehabt, dass die Kamera halt nur fix in diesem Cap, also in diesem Taxi gewesen wäre, das hätte mich mehr reingezogen. Aber du hast natürlich auch ein paar Außenaufnahmen dann doch, ne? Gerade, wie du sagst, bei dem Unfall. Da hatte ich so, nee, komm, zieh's durch, sei nur im Taxi oder so. Da kannst du ja von draußen, von drinnen, da kannst du ja rumschmieren mit der Kamera. Und ja, Lens Flair war natürlich auch wieder Freund des Filmes. Da hast du natürlich auch viele Aufnahmen. Da bin ich halt auch nicht mehr so der Fan von, weil das so oft benutzt wird in allen möglichen Filmen. Aber ansonsten habe ich wenig Kritikpunkte leider. Also, zum Glück. Also, wo du den jetzt Lens Flair gerade ansprichst, mir ist es auch aufgefallen, aber ich fand den echt ganz hübsch, also aufgenommen, den Film. Und der Kameramann ist dieser Grieche, Fide Papa Michael oder Papa Mikal, je nachdem, wie man es aussprechen möchte. Der ja auch der Stammkameramann ist, unter anderem von, lange Zeit von Alexander Payne und von James Mangold. Und der hat schon ein paar schöne Bilder rausgezaubert dafür, dass dieses Setting dann doch sehr begrenzt ist. Man muss aber auch ganz klar sagen, manchmal, man darf nicht zu genau darüber nachdenken, was da gerade passiert. Weil es gibt, wie gesagt, Momente, die ziehen sich halt schon genauso, dass es gerade passt. Gerade wenn es dieser Autounfall ist, wo sie ankommen und sie dann erstmal gefühlte 40 Minuten einfach stillstehen. Und man sich dann auch schon irgendwann vielleicht mal fragen könnte, aber gibt es da keine Alternative? Aber das ist geschenkt, ja. Du hast ja schon gesagt, das sollte ein Theaterstück werden und das merkt man diesem Film an. Das muss man ganz klar sagen, man merkt diesen Film an, dass es im Prinzip, im Grunde seines Herzens, ein Theaterstück ist. Also mein großes Problem mit dem Film ist halt einfach, ich kam raus aus dem Film. Ich hatte eine gute Zeit zwar, ich habe dieses Schauspiel genossen, aber letztlich, und das ist mein größter Kritikpunkt, und der ist, wie gesagt, komplett subjektiv, habe ich nicht viele aus dem Film mitnehmen können. Also ich bin rausgegangen, hatte eine gute Zeit, aber ich kann dir nicht wirklich sagen, dass der mich in irgendeiner Hinsicht emotional dann so weit bewegt hätte, dass ich nach dem Ende des Films an mehr gedacht hätte als, oh, hoffentlich bekomme ich mein Zug. Oder mein Taxi. Aber ich, ja, da gebe ich dir recht, weil ich habe auch überlegt, nachher ist das Fazit, ein Kinofilm, boah, sollte man in einem Film unbedingt ins Kino gehen? Bin ich ehrlich, nee, musste jetzt nicht wirklich. Sollte man den gucken? Definitiv. Also ich finde, es ist schön, gerade Leute, die auch auf Schauspiel achten, sollten den auf jeden Fall gucken, weil die machen das wirklich herausragend, beide. Da kann man schön auch mitgehen, aber ein Kinofilm, da tust du es leider doch, wie du sagst, also es ist wenig Schauwerte, das kommt hinzu. Und wenn du rausgehst, ja, war jetzt eine nette Zeit, aber das war es jetzt auch. Ja, und noch eine Frage zum Abschluss. Hattest du jemals das Gefühl, dass vielleicht zwischen ihm und ihr mehr passiert als das, was letztlich dann kommt, nämlich einfach nur ein forderliches Obst. Also gedacht, ja, definitiv. Aber zum Glück kam es ja nicht so dazu, weil das hätte irgendwie diese Chemie zwischen beiden so kaputt gemacht. Und das hätte dann seine Aussagen ein bisschen ekliger gemacht, muss ich sagen. Da hätte ich dann doch gedacht, Alter, hast du das jetzt wirklich nur alles erzählt, weil du jetzt schön mit ihr auch noch mal ein Schäferstündchen machen willst. Gott sei Dank ist das nicht so gekommen. Das hätte wirklich den Film sehr gebrochen. Aber ja, ein paar Situationen sind schon so, gerade wenn er dann schon explizit irgendwas fragt und auch gerade doch anzüglicher auch so, was heißt anzüglich, aber ein bisschen flapsiger mit ihr auch dann so spricht. Nee, komm, jetzt lass das hier nicht in so eine komische Richtung abdriften. Und beim Ende denken wir uns alle, das ist doch eklig. Aber ey, wir haben die Kurve gekriegt und sind heile angekommen. Ja, aber das ist ja auch das große Ding, finde ich, bei dem Film. Ich finde halt schon, dass er, so nett er ist und so sympathischer ist, er ist schon ein bisschen übergriffig, finde ich manchmal. Also ich stelle mir immer vor, wenn ich sie wäre und da hinten drin sitze und gerade auch psychisch nicht gerade so auf der besten Stimmung bin, es gab ja so ein paar Momente von ihm, wo ich mich, glaube ich, echt unwohl gefühlt hätte. Nicht bedroht und auch nicht verängstigt, aber schon, wo ich das Gefühl hatte, okay, du überschreitest gerade hier eine Grenze. Ich finde auch, dass, also er macht das, glaube ich, nicht böse und nicht beabsichtigt und ich würde auch nicht sagen, dass Clark als Figur so dargestellt wird, dass er wirklich jemals irgendeine Grenze überschreiten würde. Aber so ein bisschen so einen übergriffigen Touch hat er schon. Ja, ja, da hat er definitiv einen leichten Touch dazu. Aber es kommt ja auch ganz schnell raus, dass sie halt im Gespräch, merkt man das ja schnell dann, dass sie halt auch doch etwas tougher doch anscheinend zu sein scheint oder zumindest vorgibt und dadurch finde ich das bei ihm wirklich leicht abgeschwächt. Also wenn sie jetzt wirklich da nur still gesessen hätte und er hätte jetzt seine Geschichten erzählt und sie gibt null Antworten oder will null drauf eingehen, dann wäre das ein richtig creepy Taxifahrer. Wie gesagt, der spielt halt damit auch, der Film, aber der balanciert da doch sehr gut drumherum, dass es zum creepy Taxifahrer wird. Zum Schluss, bevor wir zum Fazit kommen, eine Frage, was hältst du davon, wenn wir in zwei, drei Jahren von dem Film so einen Fan-Edit sehen, wo es dann danach aussieht, dass sie, wenn sie auf ihr Handy guckt, nicht Nachrichten von ihrem Freund bekommt und deswegen mies drauf ist, sondern dass sie dann irgendwie Mitteilungen von ihrer Agentur bekommt, hier ist das Madame-Webb-Drehbuch und solche Sachen. Ich hätte das so gefeiert, das wäre so cool. Es gibt ja auch nur das Dakota Johnson-Universe, sie hat doch jetzt auch einen Film gemacht, I'm Not Okay, oder wie ist der? Auf dem Poster, muss man, alle, die es nicht kennen, da ist sie drauf und weint. Und da gibt wirklich Sprüche drunter, die meisten, ja, das ist halt nach den Rezensionen von Madame-Webb, nach dem Drehbuch von Madame-Webb. Ey, der Film war halt auch wirklich scheiße, sorry. Das weiß sie auch selber und sagt das ja auch oft genug. Das weiß mittlerweile, glaube ich, wirklich jeder selbst. Okay, gut, ich würde sagen, wir sind durch, wir schulden euch noch ein kleines Fazit und dann eine Verabschiedung. Ich fange direkt an, ist ein echt gutes Kammerspiel für meinen Geschmack, muss ich ganz einfach sagen, ich finde, dass der mich emotional nicht so wirklich bekommen hat. Ich habe das Schauspiel von den beiden Genossen im Laufe der Handlung, ich glaube, der Film geht auch so 100 Minuten, das war gut, gut gespielt, ein paar Sachen haben bei mir dann besser funktioniert, andere schlechter. Insgesamt hat er mich einfach nicht besonders berührt und ich werde auch nicht viel davon mitnehmen. Nichtsdestotrotz hatte ich eine gute Zeit im Kino und wenn ihr auf so eine Art von Filme steht, wenn ihr auf gutes Schauspielkino steht, wenn ihr Dakota Johnson mögt oder wenn ihr Sean Penn mögt, gibt es für mich keinen Grund, diesen Film nicht zu sehen, auch gerne im Kino. Er startet ja auch während der EM und ich könnte mir vorstellen, wenn ihr kein Fußballfan, sondern Sean Penn oder Dakota Johnson-Fan seid, ist es eine sehr gute Alternative für euch und dann wünsche ich euch jetzt schon viel Spaß. Zero, wie ist es bei dir? Also ich würde den Film am besten empfehlen, wenn nicht im Kino, dann später, spätestens im Double Feature mit Night on Earth, eine etwas längere Version, ist sozusagen die kleine Schwester nicht ganz so gut, aber immer noch sehenswert, du hast auch schon, wer das Schauspiel ist, finde ich immer noch sehr, sehr gut und herausragend. Und ansonsten, Leute, muss nicht im Kino sein, schön wenn, aber da könnt ihr auch wirklich warten, bis ihr den euch zu Hause auf Scheibe holt. Dann sind wir hiermit durch, denkt dran, Teleshop-Tisch gibt es überall, wo es Likes gibt und Podcasts, außerdem haben wir eine eigene Webseite, www.tele-stammtisch.de, außerdem sind wir bei Discord und haben einen richtig sexy Community-Server, tele-stammtisch slash Discord, außerdem gibt es überall bei uns auf der Webseite und wo wir sozusagen hören, gibt Links dazu, auch zu Instagram und allem Pipapo, wir sind hier überall aufgestellt, wir sind überall, wir sind Legionen, ja. Ich sage Tschüss, vielen Dank fürs Zuhören und Zero, dir gibt es das letzte Wort. Ich mache es auch kurz, folgt uns überall beim Tele-Stammtisch und ich wünsche euch einen wunderschönen Sommerabend. So, das macht dann 85 Euro, zahlen Sie mir bis zum Beispiel zu Barman-Card. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit, ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir, die Redaktion des Tele-Stammtisch, betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen, also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso froh locken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen, wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal, euer Andi.